Herzlich willkommen zu einer neuen Katzenvermittlung bei wunderbarem Wetter aus dem Tierheim in Hannover. Ist diesmal eine XL-Katzenvermittlung. Reichlich Katzen warten bei uns im Tierheim auf ein neues Zuhause. Ja, wir sind ja auch ziemlich voll. Also es ist Urlaubszeit und es kommen dann doch so viele Corona-Tiere auch. Bedauerlicherweise. Ja, sogar ein Aufnahmestopf, hat ja sogar die Zeitung darüber berichtet. Beginnen werden wir jetzt mit der Mali. Die Mali, britisch kurzer Katthäuser Mix, 2021 geboren und seit April bei uns im Tierheim. Die kamen aus einer Tierklinik zu uns und war vorher in einem Treppenhaushalt 15 gefunden worden. Genau. Und Mali kam mit Verdacht auf epileptische Anfälle in die Tierklinik und wurde dort kundlich durchgecheckt. Im Tierheim konnte sie weiter genesen und zeigte hier also auch keine Anfälle oder Auffälligkeiten mehr. Ja, also das heißt, sie benötigt auch zurzeit keine Medikamente. Ist eine Wohnungskatze? Ja. Verträglich? Ja. Die braucht sogar einen Partner? Ja. Allerdings ist es eben auch eine kleine Prinzessin. Sie möchte schon gerne das Sagen bei Artgenossen haben. Und auch die Zusammenführung mit einer zweiten Katze könnte etwas länger dauern. Also gut ist immer, wenn man, ja, also wenn die Wohnung groß genug ist oder man vielleicht sogar noch so eine Gittertür hat, dass die Tiere sich langsam kennenlernen können und nicht zu schnell. Also da ist sie dann doch schnell überfordert. Und was die zweite Katze anbelangt, es sollte ruhig eine ruhige, ausgeglichene Kater. Ja. Und der ruhig und ausgeglichen ist. Ja, denn die liegen ihr tatsächlich mehr. Also hier läuft sie auch mit zwei Jungs zusammen. Mit denen kappelt sie auch und spielt da auch und so. Und, ähm, aber die kleine Prinzessin ist schon so ein bisschen die, die, die war da. Die zeigt dann, oder auch dann oft, wenn sie keinen Bock mehr hat, ne? Ja, genau. Dann sagt sie denen auch mal Bescheid und sagt, nee, lasst mich jetzt und so. Und dann sagen die Jungs, ja, okay, komm, ich leg mich mal neben dich und so und jetzt ist auch gut. Na, also die, die hat die schon im Griff. Ein ruhiges Zuhause für die Mali. Du bist nicht in der Vermittlung. Nein. Du bist ein Tierheimhund. Was läufst du eigentlich die ganze Zeit hier durchs Bild, du kleine Maus, du? Kein Hund. Mitarbeiterhund. Keine Kinder? Genau. Äh, wir denken, katzenerfahrene Teenager wären okay. Denn, äh, Mali ist jetzt auch keine reine Schmusekatze. Sie ist halt lustig und neugierig und verspielt. Und Kuschelin, sag ich mal, kommt so dann erst so an dritter, vierter Stelle, ne? Dennoch hast du sie als, äh, warte mal, bezauberndes Mädchen mit eigenem Kopf bezeichnet. Ja, genau. Und, äh, ja, und sie braucht einfach ein bisschen Zeit, bis sie ihren Menschen so voll und ganz vertrauen kann und so. Aber die ist, die ist schon süß. Und die Mali, vielleicht haben wir euch die Bilder überzeugt, Mali, britisch-kurzer, Kathäuser-Mix, zwei Jahre alt, wartet bei uns im Tierheim auf ein neues Zuhause. Mit einem ganz seltenen Mix geht es jetzt weiter, die Zusammenstellung, der Sammy, ein Dreck-Doll-Mix, Siam-Farben und die Fusseline, Fusseline, ein, eine Kornisch-Rex, dreifarbig, haben wir auch bisher noch nicht gehabt, 2018 geboren. Sammy 2017, Fusseline, Liene 2018. Die sind seit Juni bei uns im Tierheim, wurden wegen Allergie abgegeben. Sie haben unbedingt, Voraussetzung, Doppelpack, die gibt es nur zusammen. Ja. Wie ich gehört habe, der Sammy ist der Kuschler vor dem Herren, ne? Ja, ja, das ist ein Clown, der drängt sich immer vor. Ihnen reicht die reine Wohnungshaltung aus und die sind wirklich beide total lieb und freundlich, aufgeschlossen, anhänglich, ne? Aber die brauchen viel Aufmerksamkeit. Ja. Kuhlen- und Streichel-Anheiten. Ja. Und die sind gerne auch dabei. Ja, genau, ne? Also die sind so wirklich so, oh, da seid ihr ja, ne? Auch hier denken wir so, Kinder ab ca. 12 Jahren wären okay. Sammy hast du ja als Clown bezeichnet, der sich gerne in den Vordergrund drängt. Ja. Aber so ein kleines Aber gibt es ja dennoch. Ja, Sammy hat Asthma, er benötigt zweimal täglich, ja, so ein Asthma-Spray, also so eine Inhalation und alle zwei Tage bekommt er auch eine kleine Kortison-Gabe, ne, damit er besser Luft bekommt. Aber über Leckerlis? Über Leckerlis, ja, ja. Essen ist nämlich auch ein großes Hobby von ihm. Und Kuscheln auch im Bauch und kugelt sich und, ja, ne, also er ist derjenige, der, ja, ja, ich, ich, ich. Aber das Asthma ist kein Problem. Für Interessenten, die sagen, oh Gott, da habe ich Angst vor, ist es kein Problem. Asthma-Spray, genau wie die, die Kortison-Tablette, ist überhaupt gar keine, gar keine Sache, ne? Nee, genau. Also ja, dieses Inhalieren findet das schon doof, aber mit ein bisschen Übung kriegt man das gut hin. Dann haben wir auch die bei der Fusseline, die ist so ein bisschen feinfühliger, möchte, dass man so ein bisschen sanfter und ein bisschen ruhiger auf sie eingeht, aber auch da gibt es so ein klitzekleines Aber. Ja, ähm, Fusseline hat nur eine Niere, ähm, das wurde bei einer Untersuchung festgestellt, äh, damit hat sie aber derzeit keine Probleme, ne? Wichtig ist, dass beide ausschließlich getreidefreies Futter kriegen. Genau. Sie grundsätzlich sowieso gut getreidefrei, also sollte man unbedingt darauf achten, dass es bei den beiden tatsächlich ausschließlich getreidefrei ist. Genau, und, äh, ja, Fusseline hat so eine piepige Stimme. Ja, die ruft dann auch ganz gerne mal so. Hallo! Also es ist wirklich ein bezauberndes Pärchen, die ganz viel Liebe zu verschenken haben und, äh, ja, und die auch wirklich so mit offenen Armen verteilen, ja. Ja, das ist echt schön. Samy und Fusseline, auch optisch ein sehr hübsches Paar, sofern euch die Bilder überzeugt haben, setzt euch mit uns in Verbindung. Und lernt Samy und Fusseline kennen. Ja. So, bevor es mit den nächsten Katzen weitergeht, erst einmal die Katzen, die aufgrund der letzten oder einer der letzten Katzenvermittlung neu zu Hause gefunden haben. Und das sind ja einige, Silke. Ja. Und ich fange mal an. Aus der letzten Sendung wurden die beiden Jungs vermittelt, Montano und 007 Bond, genauso wie der hübsche Black Beauty. Außerdem hat der anhängliche Lion seine Menschen gefunden, den habt ihr im April, Mai 23 gesehen. Ebenso die schöne Alana, die haben wir euch im März, April gezeigt. Oder war das Mai, Juni? Ich kann mich nicht mehr entsprechen. Ich will der Kameramann schon wissen, was er darauf setzt. Und was uns natürlich besonders freut, eins unserer größten Sorgenkinder, die bezaubernde Dorothea. Die habt ihr im Juli, August 2022 gesehen. Auch sie hat ihre Menschen gefunden und da drücken wir natürlich Haltern und Katzen ganz kräftig die Daumen. Und gerade bei der Dorothea, ne? Ein Jahr her? Ja. Hervorragend. So, ich habe aber leider noch sechs Katzen vom Vormonat, die noch kein neues Zuhause gefunden haben. Was mich eigentlich wundert, denn es haben diesen Monat relativ viele Leute die Katzenvermittlung gesehen. Aber ich zeige sie euch nochmal. Der selbstbewusste Ragnar. Der lustige Jascha. Dann haben wir noch der liebenswerte Simson. Der schüchterne Oskar. Und das zurückhaltende Pärchen. Ace. Ace und Morle. Die warten noch auf Interessenten. Also es lohnt sich auf jeden Fall nochmal, die Katzenvermittlung vom Vormonat anzuschauen. Jetzt wird es ein bisschen chaotisch, denn vier Katzen von den drei dann genau vorgestellt werden. Zeigen wir euch jetzt. Erst kommen die Valencia und die Valera. Dann kommt der Miro. Und dann kommt doch der Simson, da sagst du dann was zu. Der läuft die ganze Zeit. Den haben wir ja letzten Monat schon gehabt. Ja. So. Und jetzt geht es erstmal weiter mit Valencia und Valera. Die beiden Damen sind im Juni 2022 geboren, also etwas über ein Jahr alt. Valencia schwarz-weiß, Valera grau getigert mit weißen Abzeichnungen. Die sind seit letztem November bereits bei uns im Tierheim. Die kamen über eine Futterstelle zu uns. Und auch die beiden gibt es nur zusammen. Ja. Und die beiden brauchen unbedingt wieder Freilauf. Sie sind super sozialverträglich mit anderen Katzen. Und die beiden Schwestern sind doch noch recht menschenscheu. Da sie ja praktisch draußen geboren wurden. Und eben in ihrer Prägezeit eigentlich die Menschen nicht richtig kennengelernt haben. Aber inzwischen sind sie zumindest sehr neugierig. Und vor allen Dingen, wie ich gehört habe, sehr bestechlich. Genau. Und wie gesagt, die haben ein super tolles Sozialverhalten mit Artgenossen. Die schauen sich da auch ganz viel ab. So wenn die anderen dann mutiger sind. Warum gehst du da hin? Also die können da halt tatsächlich was über die Artgenossen lernen. Und die beiden würden wir gerne in ein ruhiges Zuhause vermitteln. Gern zu erfahrenen Katzenhaltern, die vielleicht auch bereits Erfahrungen mit so scheuen Tieren haben. Aber grundsätzlich bei den beiden gilt natürlich ganz klar, die brauchen viel Zeit und Geduld, um Vertrauen aufzubauen. Genau. Es sind keine Katzen, die bei einem zu Hause sind und dann auf dem Schoß landen. Nein, genau. Das dauert. Und denen muss man eben wirklich auch viel Zeit einräumen, um zu Hause anzukommen. Daher soll es ja auch ein ruhiges Zuhause sein. Genau. Gerne zu erfahrenen, das hattest du ja schon gesagt, zu erfahrenen Katzenhaltern, die eben Erfahrung haben. Ja, oder auch gerne noch zu bereits vorhandenen Katzen dazu, weil die eben so ein tolles Sozialverhalten haben und über die viel lernen. Wichtig ist auf jeden Fall Freilauf, das ist ganz klar. Die haben bisher halt auch wirklich nur draußen gelebt. Das ist natürlich Freilauf. Du hast ja ein tolles Mädchen. Die beiden sind ja ganz tolle Mädchen. Ja, sind sie auch. Also auch wenn du die beobachtest, wie witzig du sind, also total süß. Vielleicht haben wir euch die Bilder ja überzeugt. Kennenlernen. Valencia und Valera. Und dann machen wir auch gleich weiter. Ja. Und zwar mit dem Miro. Der Miro ist auch 2022 geboren, grau marmoriert, mit weißen Abzeichnungen, seit Juni bei uns im Tierheim. Der kam als Findling in einer Autowerkstatt. Ja, wurde der so drei Wochen schon versorgt. Der lief dazu und die haben Aushänge gemacht und versucht den Halter zu finden. Aber er konnte ja nicht dauerhaft in der Autowerkstatt wohnen. Und dann kam er zu uns ins Tierheim? Ja, kein Kfz-Meister. Ja, Miro ist auf jeden Fall auch ein Freigänger. Er sitzt zwar mit den anderen zusammen, aber eigentlich überfordern die ihn auch ein bisschen. Weißt du, er ist da doch ein bisschen so der schüchterne Kerl und sagt, ich wäre auch als Einzelprinz ganz glücklich. So. Eher eine Einzelkatze, ganz klar. Ja, genau. Und der ist ja auch anfangs sehr schüchtern, Menschen gegenüber. Genau. Aber bei Vertrauen ist er wirklich süß und anhänglich. Und die Kollegin aus dem Katzenhaus hat ihn ja dann auch gelockt und ganz viel mit ihm geschmust. Und so, weil er zuerst sagte, nee, komm hier nicht raus aus meiner Höhle. Und der braucht halt wirklich so Vertrauenspersonen erstmal. Auch dem muss man Zeit geben. Sehr verspielt. Gut, ist nun auch gerade etwas über ein Jahr alt. Aber der mag es wirklich gerne ruhiger. Ja. Auch dem muss man eben auch Zeit lassen, zu Hause anzukommen. Ja. Und dann ist er eben auch verschmust. Genau. Teenager auch, wären durchaus in Ordnung. Aber da in dieser Vierer-Gruppe, das ist ihm zu viel Trubel. Toller Mix bisher, finde ich. Der Miro wartet ebenfalls auf neues Zuhause. Ja. Und jetzt musst du natürlich auch noch was zu Simson sagen. Ja, genau. Der Simson sitzt da nämlich auch noch. Den haben, glaube ich, ganz viele Zuschauer beim letzten Mal übersehen. Den haben wir nämlich letztes Mai vorgestellt. Ja. Und der hat sich immer ins Bild gedrängt. Ich glaube, der wollte auf sich aufmerksam machen. So von wegen, hallo? Hat mich keiner gesehen? Ja. Der wartet nämlich noch. Und auch da könnt ihr sehen, ne? Also er sitzt sowohl mit Katzen als auch mit Katern zusammen. Der Schatz ist noch zu haben. So sieht's aus. Der Simson. So einfach ist das. Ja. Also Valencia, Valera, Miro, Simson. Tolle Bilder. Von daher vielleicht genau die richtige Katze oder die richtigen Katzen für euch zu Hause. Emma, willst du noch, willst du vermittelt werden? Ich glaube nicht, dass deine Frau, dein Frauchen damit zufrieden ist, du alte Kuschelmaus. Ich muss jetzt weitermachen. Ich muss jetzt weitermachen, Emma. Ich mach jetzt auch weiter. Und zwar, die ist heute sehr kuschelbedürftig. Weiter geht es jetzt mit dem Lucian oder? Lucien. 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 Und Gaia. Gaia. Seltsame Namen heute. Lucien und Gaia. Lucien und Gaia. Ja. Lucien ist 2011 geboren, ein Siam Rex Mix. Creme Point. Creme Point. Und Gaia, 2022 geboren, ein Maine Coon Mix in Creme Rot. Das ungleiche Paar möchte auf jeden Fall zusammenbleiben. Obwohl es optisch ja schon sehr unterschiedlich ist. Ja, und auch nicht nur optisch, sondern auch vom Alter her. Elf Jahre. Es sind ja elf Jahre. Dennoch kommen die beiden super miteinander klar und möchten tatsächlich gerne zusammenbleiben. Da reicht die Wohnung mit Balkon. Ja. Lucien zum Beispiel, das ist ja der ältere charmante Herr, der liebt wirklich andere Katzen. Und dann ist er wirklich aufdringlich und fast schon penetrant und kriecht in die rein und will diesen engen Körperkontakt. Das können so manche Artgenossen nicht verstehen und sind dann schon etwas irritiert. Ja, genau. Zum Menschen ist er dagegen erstmal etwas distanziert und zurückhaltend. Also da braucht er wirklich Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Allerdings ist er auch gut bestechlich, ne? Und wenn er Vertrauen geschlossen hat, dann ist er auch anhänglich und verschmust, ne? Der Lucien braucht auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit. Ja. Der möchte auch nicht alleine sein. Nee. Jetzt wird er laut und stimmgewaltig, ne? Er macht sich dann akustisch auch bemerkbar. Genau. Hallo, was ist denn hier los? Ich langweile mich, warum bin ich jetzt alleine? Genau. Also so, ich sag mal, berufstätige Menschen, wo die Tiere acht oder zehn Stunden alleine bleiben müssten, das wäre nichts für die beiden. Der würde nur am Arzember und laut auch krank machen. Dafür braucht er einfach diese Aufmerksamkeit. So, was haben wir denn noch? Ja, die Gaia. Gaia. Lebensfrau, lustig, albern. Du hast gesagt, sie ist penetrant. Ist auch, ja. Hat nur Dönekens im Kopf. Total. Nur Albernheiten. Will immer mit dabei sein, egal was du machst. Was machst du denn da? Was machst du denn da? Und ja, und auch sie war anfangs doch recht schüchtern und vorsichtig so, ne? Und auch fremde Personen, da musst du erst mal abwarten. Aber auch sie ist total bestechlich. Und bei ihr überwiegt tatsächlich der Unfug, ne? Also so, oh ja, kann ich Unfug machen? Na ja, dann ist Angst halb so wichtig. Die hat ja eine Verletzung gehabt am linken Auge. Genau. Und die sieht daher auf der einen Seite auch schlecht, ne? Genau. Aber es ist kein Problem. Nein. Also es ist eine alte Verletzung, woher sie die hat, wissen wir nicht. Die beiden sollten auf jeden Fall alleine gehalten werden, denn wir mussten leider verstehen, dass beide Träger von FIP sind und sollten deswegen keinen weiteren Kontakt mit Artgenossen haben. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu FIP? Ja, es ist halt auch eine Viruserkrankung. Viele kommen mit dem Virus auch mal in Verbindung. Und manche bleiben Träger, manche, ja, bei manchen bricht es auch aus. Also es ist, ja, aber bei ihnen ist es halt nachgewiesen worden. Beide kriegen nur, kriegen Spezialfutter, getreidefrei und nur eine Fleischsorte. Ja, genau. Das klappt auch gut. Das klappt ganz gut, genau. Denn Lucienne hat öfter mal Probleme mit der Haut und, ja, und Gaia öfter dann, ne, damit die keinen Durchfall bekommt. Und da mit dem Futter ist das top bei beiden. Keine Kinder sollten im Haushalt sein? Ja. Und es sollten, wenn überhaupt, Katzenerfahrende, erfahrene Jugendliche sein? Ja. Und wir suchen halt wirklich Katzenfreunde mit viel Zeit. Ja, die eine will halt viele Schmuse einhalten, die andere will Beschäftigung. Die beiden Zuckerschnuten? Ja, die sind auch total. Sie gehört ja immer bei schickes Einfall. Unsere beiden Zuckerschnuten, Lucienne und Gaia, warten, das ungleiche Paar wartet auf ein neues Zuhause. Es ist echt optisch ein sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Finde ich schon. Mein Kuhl und Sie am Rex Mix ist schon optisch sehr und dann noch elf Jahre. Die sind so bezaubernd. Und die aber, die kommen gut miteinander klar. Also wo die Liebe hinfällt, ne? Lucienne und Gaia warten auf neues Zuhause. Tolle Bilder, wie ich finde. Muss man einfach toll finden. Ihr möchtet gerne hochwertiges Katzenfutter im Wert von 100 Euro gewinnen? Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu. Dank unseres Sponsors Animonda. Und im Mai haben gewonnen, der Kater Leo hat es auf jeden Fall bekommen. Man sieht, wie viel Futter es ist. Und sie schreiben uns, hallo, vielen Dank für den Gewinn. Wir haben uns sehr gefreut über das Paket von Animonda, das mit so vielen tollen Leckereien für unseren Kater Leo prall gefüllt war. Danke für die, für das tolle Foto. Und der Leo wartet geradezu darauf, dass die ersten Leckerlis aufgemacht werden. Wir zeigen euch jetzt erstmal einige unserer wirklich tollen Einsendungen, sind tolle Bilder dabei. Silke, fang doch mal an. Genau. Wir legen los mit Michelle, die mit ihren beiden Katzen Maja und Frederik in Isanhagen zuschaut. Wieder mit dabei, man kann übrigens jeden Monat teilnehmen, überhaupt gar kein Problem, sind Antonia und Hilde aus Bremen. Und jedes Video schauen sich in Hannover Julia, Marvin und die zwei Katzen Jumi und Joey an. Riesig über den Gewinn freuen, würden sich Sarah mit Mozart, Wolfgang, Bonsai und Peanut in Kastrop-Rauxel. Nochmal ihr Glück versuchen möchte Lorena mit den zwei sampfroten Faye und Hazel aus Hildesheim. Haben auch schon mehrfach mitgemacht, warum nicht? Weiter geht's mit Isabel und Brandy, die in Trier mit den drei Katzen Aiva, Bailey und Diego wohnen. Ja, und über die ehrliche und transparente Vorstellung der Tiere freuen sich in Hamburg Taya mit Cookie und Hunter. So, du mischt, ich die Regel. Ich muss hier wieder auf die Steine hoppen. 100 Euro ist das Paket wert, mit Brei gefüllt, mit Katzenfutter von Animonda, sofern ihr am Gewinnspiel teilnehmt. Möglichst viele Bilder, schöne Bilder von euch und euren Katzen oder eurer Katze senden an gewinnspiel.atierheim-hannover.de. Bitte nicht vergessen, Telefonnummer und eure Adresse angeben und auch einen vollständigen Namen, damit, wenn ihr gewonnen habt, Animonda sich mit euch in Verbindung setzen kann, sofern ihr denn gewonnen habt. Und nicht vergessen, den Satz vervollständigen, ich gucke Tia MTV, weil... So. So. Und? So. Ich geh mal jetzt hier so, was versteckt hast. Du hast bestimmt versteckt gewonnen haben. Andersrum. Da haben wir die Gewinner. Gewonnen haben Sarah mit den Katzen, Mozart, Wolfgang, Bonsai und Peanut aus Castrop-Rauxel. Liebe Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Und sie schreiben, ich gucke Tia MTV, weil... Weil ich es schön finde, dass es so viele liebe Menschen gibt, die sich um die Tiere kümmern und ein schönes Zuhause für sie finden. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Und Animonda setzt sich mit dir, Sarah, in Verbindung, damit das Katzenfutter auf Mozart, Wolfgang, Bonsai und Peanut abgestimmt wird und die zufriedenen sind. Bitte nicht vergessen, wenn der Gewinn bei dir angekommen ist, schick uns bitte ein oder mehrere Bilder, damit wir sehen können, wie toll und zufrieden nicht nur das Futter ist, sondern auch deine Katzen sind. So, wir drücken die Daumen. Toi, toi, toi. Und schon sind wir bei den letzten Katzen diesen Monat angekommen und zwar bei Panto und Percy. Panto und Percy sind beide im August letzten Jahres geboren. Die beiden Krater Panto schwarz und ja, Percy grau getigert. Mhm. Die sind seit Mai wieder bei uns im Tierheim. Die wurden als Jungkatzen vermittelt. Mhm. Und eine Wohnungshaltung, was überhaupt nicht funktioniert hat, weil sie wirklich Freigang brauchen. Ja, genau. Also bei denen steckt tatsächlich so, ja weiß ich nicht, wahrscheinlich seit Generationen drin, ja. Und die waren total unterfordert und haben da schon alles auseinander genommen. Und beim Dreh haben sie uns ja auch die Tüte aus der Hand gerissen. Also das sind schon kleine Rambauken. Die brauchen unbedingt Freilauf. Und nur zusammen auch, ganz wichtig. Ganz, ja. Weil die müssen sich auslasten, ne. Die wollen jagen, die wollen richtig was erleben und so. Und ja, kamen mit Wohnungshaltung nicht zurecht. Dass die sich wirklich dann auch, ja, draußen auspowern können, ist wichtig. Die sind verspielt, die sind wo vorwitzig, ohne Ende. Ja. Vor denen ist keiner sicher. Nee. Nee, das ist es. Absolut. Ja, die wollen wirklich was erleben. Die sind voller Jagdeifer. Die sind am Anfang doch ein bisschen schüchtern. Also gerade in der Panto, der Schwarze, als er wieder bei uns war, war am Anfang doch recht pank. Ja, der ist so ein bisschen schüchtern. Also der braucht wirklich eine lange Zeit, um sich sicher zu fühlen. Aber beim Vertrauen ist der wirklich süß und auch anhänglich und lässt sich auch kuscheln. Der braucht halt Zeit. Ja. Der muss man wirklich die Zeit lassen, zu Hause anzukommen. Ja. Der Percy ist der Selbstbewusstere von den beiden. Ja. Der lässt sich auch gerne kuscheln. Ja. Der geht aber auch voran und ist so erstmal offener und neugieriger. Aber wie gesagt auch ein Rambauken. Der war das nämlich, der uns die Tüte da aus der Hand gerissen hat und Panto hat sich bedient. Mein Gut, dass du diesen Monat meine Aufgabe übernommen hast. Ich kann ja ganz froh drüber sein. Ja, wir hatten viel Spaß. Die beiden Jungs sind auf jeden Fall temperamentvoll, voller Lebensfreude. Ja. Und langweilig wird es mit den beiden ganz sicherlich nicht zu Hause. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Es sollten auch Katzen erfahrene Jugendliche sein. Ja. Nicht unbedingt Anfängerkatzen, die auch wirklich lesen können. Genau. Und schön wäre das so richtig, wenn das so zwei Dorfjungs werden würden. Die sich draußen austoben können und dann zufrieden nach Hause kommen und mit ihrem Liebsten dann auf dem Sofa kuscheln. Die tollen Kerle. Die tollen Kerle. Tolle Kerle. Panto und Percy. Ja. Das waren die letzten beiden diesen Monat. Panto und Percy, haben sie auch tolle Aufnahmen. War ein toller Mix diesen Monat, finde ich. Ja. Viele Katzen, reichlich viele tolle Katzen. Weil sind ja auch sehr voll. Ja. Die Folgen von Corona sind bei uns im Tierheim, man muss es leider sagen, nicht unerheblich. Kann man geschickt so ausdrücken. Egal ob Kleintiere, Katzen oder auch Hunde. Wir springen momentan. Es ist, naja, wir wollen ja jetzt nicht mehr weit zum Ende drauf eingehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war die Katzenvermittlung für diesen Monat. Bis denn. Um, das war die Katzenvermittlung für die Katzenvermittlung.